Ich bin zu aus Versehen gerade auf Escape gekommen, ich muss mich jetzt hier derbe konzentrieren gerade, wenn ich ehrlich bin, dass wir den blöden Affen da hinten erledigt kriegen. No more is pain than pain. Was? Meine Fresse. Ja, kennen wir schon, kennen wir schon. No pain is more than Max pain. Max Schmerz. Der gute Alter hier. Das gibt's doch nicht. Linke Seite. Ich weiß ja nicht, wie oft er schießt, oder wie oft er nachlädt. Kann ich schlicht einschätzen. Ah, jetzt will er wieder schießen. Alter Schwede. Die nehmen mich hier auseinander wie Dreck. Ich bin gleich im Eimer. Ich bin gleich Geschichte. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll und ob die jetzt davon kommen oder nicht. Ich hab keine Ahnung. Ah, was ist das denn schon wieder? Boah, ich könnte kotzen. Langsam hasse ich Max pain. Ehrlich. Die könnten jemanden verletzen. Ja. Tun sie ja auch. Mich nämlich. Ich wünschte gerade, ich hätte viel länger mal ne Bullet Time. Was ist das denn? Hast du in der Fluchtststrasse, Max? Ja. Ich bin ja. Mann, ich dachte, ich muss zum Flugzeug rennen. Mann, ich dachte, ich bin zufrieden. Was schaust du denn? Wie viele mehr sind deine Kläume, die du zu ihrem Tod sendest? Ich versuche mich gerade echt zusammen zu reichen und zu konzentrieren, dass ich das hier packe. Ich denke, Richter wird für dich warten. Der letzte. Oh, Glück gehabt. Oha, den hat es den Arm zerfetzt. Und nicht nur den Arm. Aua. Scheint weh zu tun. Das war's. Es war fast vorbei. Ich denke, dass ich das, was ich wollte. Ein Körner. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß nicht, was du willst, Amerikaner. Aber wir verstehen, Kapitalismus. Du kaufen dir ein Produkt, und du kriegst, was du payst. Und diese Schumpen haben für einen wunderschönen Gringo ohne die Sensibilität zu wissen, dass es richtig und falsch ist. Hier war ich, zu erzeugen, diesen pooren Böden, wie ein Dime-Store Angel von Death. Und ich wusste, dass sie richtig sind. Ich würde nicht wissen, dass es richtig und falsch ist, wenn einer von ihnen helfen würde, und der andere würde meine Freundin helfen. Ach, ich hätte schießen können sogar. Okay, ich glaube, jetzt geht's nochmal richtig gut. Yeah, Bitch. Das Finale wird, glaube ich, nochmal gut. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Motherfucker. Ein Schuss wird treffen. Jawoll. Gefallene Kerle. Oh, yeah. Oh, yeah, Baby. Ein bisschen rumballern mit dem Ding hier. Ist doch schön. Ein bisschen rumballern mit dem Baby hier. Ich mag doch jeder Kerl. Ein bisschen rumballern mit dem Baby hier. Ein bisschen rumballern mit dem Baby. Ein bisschen rumballern mit dem Baby. Oh, yeah, Baby. Jetzt nochmal da vorne das Ding in den Eimer machen. Dann das Flugzeug vielleicht. Trifft da. Der Roller trifft. Alle erwischt. Sehr geil. Und jetzt? Ja. Das war's mit dem Flugzeug. Und vielleicht auch mit dem... Nein. Nein, er lebt noch. Aber wir können ihn vielleicht erschießen. Warte, Max! Nein! Stopp! Max! Wir haben, was wir jetzt an ihm brauchen. Lass ihn ein Versuch und ein Schmerz in der Präsenz. Lass ihn soeben. Trust mich. ihn leiden lassen. Genau wie den anderen. Den harm. Armlosen Mann. Warte, ich gehe. Du wirst mit einer Leiter. Ah! 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 Eine Woche später war er hier, eine Woche später. Die Woche später war er hier, eine Woche später war er, eine Woche später war, eine Woche später war. Und jetzt, dein lokales Vorkast. Boy, es ist schmerz in den Sonnensitzern, aber es ist schnisch überall. Dann gehen wir nach Marisol, der Wetter. Oh yeah, Max. Ja, ich glaube, das war's dann mit Max Payne 3, liebe Freunde. Ich würde gerne noch ein paar abschließende Worte sagen, aber... Ich glaube, ich verknall's mir. Es war ein gutes Spiel. Auf Dauer hat mich die Bullet Time ein bisschen angekotzt, dass es so wenig Medik gab, etc. So ein paar Sachen waren schlecht, aber von der Story her war es eigentlich ganz gut. Warum eigentlich, wahrscheinlich hätte ich Teil 1 und Teil 2 komplett gespielt, wäre es wahrscheinlich richtig gut gewesen. Aber ich lasse euch jetzt mit den, ja, mit dem Lead Designer, Lead Scripter, Grant und den Steve und den Matthew und den Conrad und den Malcolm mittendrin. Den Mike, den Mike, den Wayne, den Peter, den Stefan, den Peter, den Dustin, den Mark, den Anthony, den Jonathan, den Mark, der Ryan, der Sin, Steven, Matthew, und Duncan alleine. Natürlich dürfen wir nicht die Katrin vergessen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Ciao, euer Palooza LP. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch an meinen Ausraster. Wenn ja, hinterlasst einen Kommentar. Bis dann, euer Palooza, bis zum nächsten Projekt. Ciao. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.